Immer das Gleiche. Wir retten Camelot und als Dank gibt es ein Lob im Klassenbuch. Komm zurück, Feifling! Begelagere! Oh nein! Schst, beruhig dich. Sag Ramor von Konstantinopel. Er trägt zwei Unterhosen, weil ihm immer so kalt ist auf Camelot. Ach so! Ach so! Ach so! Hier ist er, Chili aus Konstantinopel. Aber nicht kauen. Lass sie schmelzen. Tristan, was ist? Ach nicht. Er träumt nur von Konstantinopel.